Willkommen zurück zur Welt! Auf Wurkopf mit dabei! Eine Kuh Und eine Ork-Dame Wir haben hier frauliche Begleitung Heute müssen wir uns mal einsatzweise benehmen Glaub ich Kannst du doch gar nicht Nur wegen der Dame da? Die ist grün, die räubst sogar auch nicht Er hat auch nen Kehlkopf Hat auch nen Kehlkopf Ist doch wahr Wir laufen hier fleißig hinterher Soll das heißen wir Quest mal zentrat Oder sind wir einfach nur anhänglich Ach pfff ich lauf einfach dahin wo ich Quest hab Ob ihr da Quest habt ist eure Entscheidung Oder euer Pech dann Äh also ich hätte was zum Abgeben in die grobe Richtung du Ja da wollte ich später hin Erstmal wollte ich dahin wo Lady des Lichts und Gedöns ist Ja genau da kann man auch mal abgeben Da siehste Da dürfen wir erstmal ein paar Dämonen töten Was wir ja in naher Zukunft sowieso Massen tuten Töten 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 Massen tuten töten töten? Töten töten Sag doch einfach Töreö ist doch einfacher Nein ich bin ein Mammut kein Elefant Okay Wir machen nicht Töreö Und jetzt sag nicht doch Du hast doch keine Ahnung Und davon sehr viel Oh ja das kann ich bestätigen Ganz klar Ähm das wage ich zu bezweifeln Ich hab nen Kalender Oh Kannst du den auch lesen? Das macht meine Frau für mich Aber ich kann malen Rote Kreuze und den male ich da ein M hinter Meine Frau mir beitragen Du kannst doch gar nicht schreiben Kreuze und Kringel oder was? Kreuze und Kringel ja Ja Du solltest YouTuber werden Nee Nee Nicht? Kann ich denn nicht? Nee Da kann ich dir auch nicht helfen Für dich dann helfst Äh Wobei die arbeiten noch nicht mit Kreuzen Die arbeiten nur mit Pfeilen und Kringel Stimmt Kreuze Oh du solltest mehr Kreuze in deiner Sammelsmann Das ist bestimmt so dass das Der nächste Clickbait von morgen Genau Und dann Habt ihr denn auch alle Quests eigentlich mitgenommen? Ja ich glaube schon Nee warte da ist noch eine Ihr erledigt schon irgendwas für mich Find ich gut Ja erledige du mal was für mich Ich bin ja noch am Quest einsammeln hier Achso Das würde ich jetzt auch sagen Ja 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 Jetzt Gehen wir mal in die Richtung Und dann tu ich da auch irgendwas Weiß noch nicht was aber ist egal Ich muss jetzt aber auch den Grundeig finden Das ist hier im Getümmel Ich merk schon Ich hab da schon eine Quest zum Abgeben Ja Führungsquest Dann macht ihr mal da weiter Ich gehe den mal abgeben Ich weiß gar nicht wo ich hier drauf haue Hier steht zu viel Ach einfach draufhauen Und wenn du den den Old Gothic triffst Ist es auch kein großer Verlust Achso ok Der steht nur da drum rum Ja das kann er Das hat er gelernt Wenn der wenigstens mal heilen würde Aber nö 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 So weit kommts noch Hier ist ne Pflanze Hier ist ne Pflanze Hier ist ne Pflanze Hier ist ne Pflanze Hey Blübschen Klau doch noch Pflanzen Ne ne ich warte extra auf dich Was du kannst warten Ich dachte du kannst noch drauf rumstehen Ähm Komm mal zur Pflanze Ok Kommen wir zu mich Zu dich Pflanze Jetzt haut der mir den Rücken Da ist noch ein 12 Fragezeichen Da glittern irgendwas Von unserer Amiga Link Ja tatsächlich Hier oben Was wo? Hier bei uns In dem WoW für 100 Wie ist die Antwort? Aha Man nannte Szenarios Jetzt möchte ich ganz gerne Bis die Frage wissen Wie heißt so ein komischer Beppo? So ein Halbgott Wo ist das Fragezeichen hin Was hier eben noch war? Das ist da innen drin Du musst da runter gehen hier Und äh Dann ne Zeit lang laufen Und dann kommts ja irgendwann Zum Fragezeichen hin Achso Klingt komisch Ist aber so Yay Bin vor euch Rechts oder links? Oh Sackgasse Ja versuch du links zu gehen Mach das Hier kannst du links gehen Yay Jo Links ist da da wo du rechts ist ne? Was willst du denn? Mauer Kekse 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 Oh wir pullen hier alles Macht sie fertig Hallo die hat ne Quest Das ist wichtiger als die Mobs Nachher muss man die Mobs noch töten Nachdem man die Quest gegeben hat Man kennt das ja Ja Du haust die ganze Zeit die Mobs Und kriegst danach die Quest dafür Jo Ja wär nicht das erste Mal Eben drum Scheint hier aber nicht der Fall zu sein Nee Stattdessen dürfen wir noch ganz viele andere tolle Dinge tun Yay Was ist jetzt so ein besonderes Ding der durch geht? Nix Das ist ein toter Totenwächter Da gegenüber ist was zum anpacken Ja dann pack mal an Zum anpacken Da stehen aber Mobs im Weg Ach die Pulle ich Ich hab frage Ausrufezeige gefunden Ich hab's schon angenommen Verdammt Nee Mammut Ich hab ein Kristall gefunden Oh nein Oh Gott Ein Kristall hat er gefunden Ich brauche auch nie Kauf dir ein Okay Ich mach mal Regen bei dir Das ist nett Wenigstens ein vernünftiger Heiler hier Das ist Verschwendung Du bist ne Verschwendung Das klau nicht mein Quest, Alte Ich heil dich immer ne Runde bis du wieder da ist Ui Geht doch Geht doch Sprich einfach mit deinem Anlageberater Oder frage den Apotheker Ich sprech gleich mit meinem Anwalt Wie? Mit meinem Mund Kommt der aus Anhalt? Ja Hier ist der Quest Der pennt hier Was ist das denn? Hier voll die Action und der pennt hier Die Quest haben wir schon lange angenommen du Achso ich nicht Ja du bist mal wieder schnurstracks dran vorbeigelaufen So wie wir es von dir kennen Hab sie nicht gesehen Nein du hast nicht die Augen aufgemacht Das kann sein Hm ich glaub hier müssen wir noch nicht hin Nö Gut da gehen wir wieder Obwohl ich krieg's laut Carbonite krieg ich's gezeigt Ja Aha Ich geh dann doch mal da runter Ich auch Ich folge euch auffällig Och Gott Nächste Keksspur Ja Mit Krümmel Äh soeben hat sich das erledigt Hast du toll gemacht Äh Töten wir sie alle Alle Wir räumen auf Wir sind der Trödeltrupp Ich nehme den nächsten Ich nehm den Boss Pull Ich hab ihn Gepullt Pull Alarm Da glitzert so viel Ich muss da hin Brauchst du dich glitzern lassen Ach Glitzerzeug Ich brauch Glitzerzeug Bist du ne Frau oder wat Nö aber Das ist Loot Wo läuft der hin? Ist ne Frau die sich eingedings hat In so'n Glitzerzeug dann auch Loot? Hm Hm Weiß ich nicht so recht Dort Ok Fetch Jetzt labert der da hinten noch Der olle Theron Gore Soll er doch labern Haben wir noch ne Quest Gibt's hier was umsonst noch? Nöööö Wer ist eigentlich Paul? Der ist durch das Portal abgehauen Oh genau Eikenpenner Eikenblau Das war nicht Paul der abgehauen Das war Carsten Ne Theron Gore Jetzt ist er verwirrt T mit Gore Nö. Der dann nicht. Gegneralarm, Alice! Bin ich über sie rübergesprungen, wie ein Gummibär. Hey, das kannst du. Der da raus ist er. Ich bin der zwölfte Gummibär. Nicht der achte Zwerg? Nein. Das ist doch so ein kleines Schrubfgermane. Aus deiner Sicht vielleicht. Alles, was unter mir ist, ist Gummibären bis Schrubfgermane. Ah, ja. Na dann. Ja, ne? Ich mach da mal die Quests hier weiter. Ich auch. Jetzt kommen wir ja nie fertig hier. Ich töte den Boss mit. Das kannst du doch nicht tun. Das mache ich. Hab ich schon. Verdammt. Er hat's getan. Du Saftsack. Ich Saftsack. Du Saftsack. Du Affen. Arsch. Ich mach mal so Talk. Keine Details. Au. Hast du verdient. Hab ich genau gesehen, dass du's verdient hast. Hör mal, das Gleiche. Nein, nein. Ich verdiene ich was. Der mit dem Hammer, der verdient ja nix. Ja, und dennoch hast du kein Geld. Zumindest nicht von mir. Verdammt. Dann verdienst es dir wohl nicht richtig. Ich würde sagen, es liegt an der mangelnden Heilung. Das könnte sein. Ja. Warum haut der mir in den Rücken da? So wie du neulich Seelenschmiede da oder Grube von Sauron gehielt hast. Das war... Nee. Das war geil. Das lag ja auch nicht nur an mir, ne, Kollege? Ja, natürlich. Das lag auch an mir. Nein, das lag auch nicht an dir. Doch. Das lag an dem Bug-Server. Ach, andere schaffen das auch. Ja, stellen sie sich mal nicht so an. Junge Frau, ne? Oh, epic, 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 epic. Oh, Belohnung wählen. Oh. Huh, schnäu, schuh. Ich ein Mist und Mist soll ich auswählen. Nehm den Mist. Ich nehm den Mist. Du machst doch nichts verkehrt. So. Oh, noch ne Aufwertung. Blau, blau. Ein Blue, da bei D, da bei D. Aha. Muss das nächste Frage zeigen. Da irgendwo. Hä? Äh? Warte. Das sieht man doch. Augen auf. Auch in Thun ist nicht gefallen. Tut mir auch nicht gefallen. Es soll dir auch nicht gefallen. Tut dir nicht gefallen, Tutentun? Es tut ihm nicht gefallen, Tutentun. Ah, oh, Blübchen. Ah, wisst ihr was? Wir könnten uns mal für eine Instanz anmelden. Oh, ja, ja, ja. Weil ich hab wieder für eine tolle neue Instanz, wieder eine tolle neue Quest. Yes. Von meinem Gasthaus. In der Taverne trinke ich Bier ganz gerne. Oh, was für ein Reimer. Du Schleimer. Oh Gott, der dreht ab. Ja, wen soll ich treffen? Ja, die hier. Die Angela. Angela. Merkel? Nee. Nee, bitte nicht. Nee, bitte nicht. Höchstens mit nem ganz großen Stein. Hier ist nix zu treffen. Hä? Hab ich schon wieder andere Quests als hier. Dein. Ich bin hinter dir. Ja, ich über dir. Schieter. Oh, da ist ein Herz. Kann dir was looten? Probierst du? Mir folgt eine Motte. Ja, das... Ich leuchte wieder so toll. Ach so. Ich hau's im Mund. Nee, ich sag ja immer hier, wo die Hand leuchtet. Ne, wenn ihr mal fragt, wo bin ich eigentlich? Ne, und deswegen kommen die Motten immer zu mir. Ach so. Verstehst du? Oh, die Motten werden nicht tot, ne? Ja, ich hab grad schon gemerkt, man muss irgendwas mit ihnen tun. Schnell dich zu mir, ist auch so hart. Muss ich sie nur einmal hauen und dann was drin benutzen? Nein? Hast du gut gemacht. Hat für mich gezählt. Mach weiter so. Ramop, 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 Ramop. Gut, dass niemand ein Add-on haben will, wo dann halt bei Ramop-Alarm dann ständig wieder Sound kommt. Ramop, 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 Ramop. Oh, wäre doch was geiles, wenn du das machen würdest. Nein, das will doch keiner haben. Ich bin da, wo, seid ihr? Ich bin hier, am Camping. Ich hab doch von der Motte gebremst. Ja, er wieder mit der Motte. Ich pull. Bist du Tank oder wat? Lässt du die Entscheidung des Pullens bitte mir? Danke. Ach, bis du da bist. Guck mal, 6 Ami haben wir gesagt, ich da. Seid ihr auch im Dungeon Pro-Sasuro? Ich bin im Pro-Sasuro. Okay. Nicht, dass ich jetzt nur mich selber angemeldet hab und nicht als Gruppe. Drückt. Toll, ein Splitter der Verachtung. Geil. Bin verachtest. Geben wir mal zurück zur Motte. Ich leg's jetzt nur mal an für später Transmogrifizieren-Möglichkeit. Man weiß ja nie, was für komische Dinge man auf einmal steht. Ach, Batsch, du sollst dich nicht tot haben, du Blödmann. Sorry. War ein bisschen mehr Schaden, als ich gedacht hab. Er war grad in seinem Element. Genau. Ich merk das schon. Das, was ich mache, reicht schon. Du bist noch nicht bereit. Oh, mein Schildschlag hat gekrittet. Das Problem hatte ich auch eben. Sorry, war ein Instant-Kill. Ich hab's extra erwähnt, das, was ich mache, reicht dafür. Ja, sorry, wir sind halt stärker als du. Ein bisschen. Können wir auch nichts für. Der Blut-FX-Meister hat das auch noch nicht begriffen, was er machen muss. Falls der auch ordentlich Schaden macht, ist das gar nicht so einfach. So. Hast du fein gemacht? Shit, schon wieder gekrittet. Eine fehlt noch. Mensch, wo ist denn die Eule? Mach doch hier immer alles richtig. Geht doch. Danke, Eule. Müssen wir dann da rein zum Abgeben? Sieht so aus. Nee, eine muss ich hier vorne abgeben. Nee, hier dritte kriegst du jetzt nur Kekse. Boah, dann muss ich da jetzt rein. So. Wo seid ihr denn hin? In die Höhle. Hier oben. Was? In die Höhle? Es gibt eine von den Indie-Entwicklern? Ja. Okay. Was müssen wir hier? Arcane Essence. Okay. Für den Sonnenbrunnen. Lebt wohl. Wir will denn da schon wieder was von mir? Ist das denn mal... Nicht mal auf den Sonntag hast du deine Ruhe. Polar-Alarm jetzt. Alles reiß ich jetzt über Kopf. Alles meins. Ja, mach du. Ich sammle dir weilen die Kristalle hier ein. Mach das mal für mich mit, bitte. Danke. Nicht? Immer muss man alles selber machen hier. Ist das denn eine Possibility? Fehlen die Kristalle nicht für dich? Nein. Dann musst du selber sammeln. Ja. Hab ich gemerkt. Okay. Jeder sammelt für sich selber. Meins. 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 Nee, ich wollte jetzt nicht nach meins. Die stinkt und lacht. Äh, da. Liegen ja netterweise, wenn wir direkt zwei nebeneinander. Wie, du kannst bis zwei zählen? Ja, das krieg ich gerade noch so hin. Zahlenraum von 1 bis 10 ist ja auch das Schwierigste. Wenn man da schon ein Stückchen kann, dann ist das schon mal nicht so verkehrt. Ja, ne? Kann. Nee. Sind ich auch für ein Messer hier? Nicht. Nein. So, Kristalle hab ich. Was brauchen wir noch? Backe an Essenz fehlen wir noch zwei. Ja, mehr auch. So, einer geht noch. Einer geht noch. Einer muss noch. Einer muss noch sein. Über den Ausgang. Fahrstuhl? Ein Fahrstuhl? Ein Fahrstuhl? Jetzt sucht er nach dem Fahrstuhl. Jetzt hast du es geschafft. Ja, hier ist was, was wirklich ein Fahrstuhl sein könnte. Aber ist es nicht. Aber ist es nicht. Nimm einfach die Rampe. Die Schlampe? Die Schlampe? Meine Winger auch die. Du Schlampe? Ne, ne Duschlampe hab ich. Ach, da ist noch eine Rampe. Ich kann ich noch was looten. Und die Hüftgrad wieder runter. Ist es schon tot? Ist es schon tot? Ist es schon tot? Amiga Link, beeil dich mal. Bin auf dem Weg. Und zählt er gleich nicht mehr für dich. Bin schon da. Was heißt hier schon?